Musik Wir sind hier an diesem Platz und wir sind hierher gekommen für alle und alles. Musik Und über unseres Geben und Schenken teilen wir jetzt liebende Güte, Loving Kindness, Meta. Musik Und wir beginnen in dem, dass jetzt diese inneren Frieden, der in uns ist, dieses Licht, das ist eine non-physische, unsichtbare Kraft und die teilen wir in dieser ersten Instanz mit uns selbst. Du sagst deinen Namen leise und das heisst, diese transparente Loving Kindness ist jetzt auch in deinem physischen Körper, weil von deinem physischen Körper kann es jetzt dich weiter ausdehnen. Und du kannst dir das so vorstellen, wie wenn ein Stein ins Wasser fällt, dann gibt es diese kreisbewegenden Wellen. Und von dir aus, von deinem Zentrum, in deiner Mitte, von deinem Körper, in deinem Bauchraum geht jetzt diese Liebe, das Licht, sieht es Kreise. Und dieses Licht heilen wir jetzt in diesen Art von Wellen, ganz Europa erreicht, jeden Einzelnen, jedes Wesen, physisch, non-physisch, alle Tiere, alle Engel und es wie eine neue Zusammensein sich findet. Und möge dieses Reset, das hier jetzt ist, alle Kontinente, das ganze Erde und möge dieses Reset zum Nordpol und zum Südpol, um dort wieder das Gleichgewicht zu finden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank!